Verweilt ein wenig und lauscht auf, dann erzähle ich euch eine Geschichte. Sie handelt von Kerkern und Griechechsen, Großorcs und Goblins, Ghulen und Geistern, Königen und Erkundungen, aber zuvorderst von Zauberern und Vampirn, na von Zauberern eben. Es war einmal ein Land, Name Midgard. Dort lebte ein mächtiger Zauberer namens Grimnir, denn es drängte, die Magie in all ihren Formen zu beherrschen. Mit diesem Wissen um Zaubersprüche aus längst vergessenen Zeiten hätten die Zauberer des Ordens der Magie allen Landen ewigen Frieden schenken können. Aber der Orden der Magie fühlte sich von seinen Bestrebungen bedroht. Es wurden Ränke geschmiedet, ein heimtückischer Planwart geboren. Und so kam es, dass Grimnirs Anhänger aus dem Orden floh und er selbst ans Weltenende verbannt wurde. Für immer. Und das alles nur wegen seines gefährlichen Wissensdurstes. Da Grimnirs abnorme Ambitionen zerschmettert dala, war die Welt sicher. Wieder einmal. Abgesehen von den vermehrten Monsterbesuchen bei den armen Dörfern. Und abgesehen vom Griechsherrn Kahn, der die Orgstämme vereint hatte und nun die Prachtstadt Havindir bedrohte. Aber im dunstigen Klanze von Schloss Aldirheim, dem Sitz des Ordens, schickte sich ein brillanter Lehrmeister mit seinen Elite-Eleven an, zu verhindern, dass sich die Welt jemals wieder ändern sollte. Und zwar für immer. Und ewig. Ich bin dran. Batschen Havindir. Batschen Havindir. Yay. Alle fennen so. Es ist schon, sagt einiges aus. Wichtige Leihabschrechen und alle pennen. Halt erstmal. Die Kunst. Aleik. Okay. Geht's schon los? Ja, es geht schon los. Achso. Ich schneid das jetzt hinten mit dran. Dieser Sprint geht in die falsche Richtung. Ja. Müssten wir nicht wissen, das hat nicht geklappt. Das mit alle guten Dinge sind drei. Verblitten Versuch geht's erst los. Ja. Und damit willkommen zu Magica. Zu einem relativ... Anderem Spiel, wie ihr gerade sehen könnt. Ich mach einfach mal mit. 2 gegen 1. Du hast keine Chance. Ich glaube, das war genug Boxen für heute. Ja. Wir sind nämlich losgeschickt worden. Und unserem Meister, keine Ahnung, um die Welt zu retten. Ja, gar nicht... Gar nicht neu, ne? Heutzutage. Alles klar. Alles voll voll. Würde ich sagen... Ja, genug Disco-Kugel gespielt. Jawoll. Auf geht's. Auf geht's. Ist das Froh-Wallend? Mhm. Sie sieht aus wie aus Herr der Ringe. Ein Bild von Blat. Helldey. Schau nach der Dunke-Dunke, mit dem Gehör-Helpen-Fest. Ich habe sie wie Oster. Der Käse? Der Käse. Den habe ich mir doch vorgeserviert. Ich bin kein Party-Mensch. Wir gehen erst mal hier oben lang. Die schnapp ich mir, okay. Aber Käse. Irgendwie hört sich die Sprache an wie Sims for Sims, die Sprache. Denker, denker. Oh, da ist doch Käse. Ein bisschen nordischer als Sims. Ja, ja, das kostet ein Käse. Unglaublich. Oh, ich bin am Tisch. Oh, ich bin am Tisch. Wollt ich auch. Celebrate good times. Come on. Ja, stimmt. Man kann ja tanzen. Mehr oder weniger. Können wir jetzt irgendwie was anschließen? Oh, da hat er noch jemanden. Du brauchst roten, du Super-Lurk. Du bist super-Lurk, Rabboop. Wir sind Super-Lurk. Also. Also, das ist klar. Hier gibt es nicht unbedingt viel zu erkunden außer Käse und Wurst. Ja. Aber es geht noch rechts weiter. Oh mein Gott. Alles erkunden, alles mitnehmen, alles ansehen. Ein Bild vom Orons Vater. Ich rush mal durch. Ich habe ja gesagt Super-Lurk. Oh, Jiru-Lurlata. Unrecht. Jiru-Lurlata. Es ist ihm sowas von egal. Ja. Jemand hier? Ah! Verprügeln nicht die Älteren. Das ist nicht nett. Das macht man nicht. Kommt. Es gibt nicht viel zu erkunden. Ja komm, wir prügeln ihn mal. Nein, komm. Die Reinigung des Tappings soll sich auch lohnen. Also dann auf zur Party. Okay. Man hört schon die Beats. Und... Surprise. Surprise. Ähm. Wir starten Dunke-Dunke-Red an. Und hier erredet wir halt Ooster. Blind Eye. Bailix Petra-Kletter-Torn. Das ist doch rechts Käse. Nein, das ist kein Käse. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist Magus-Manner-Brot. Wow, Tera-Gee! Die Grimnail, die Skar-Paneder! Paneder? Ähm. Hh. Hm. Dieser... Arsch-Posten-Depp. Erste Käse wegessen. Wesen. Ja, danke. Das finde ich echt schön gemacht mit den Schatten. Bananer! 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 Ja, es gibt unglaubliche Ersten Käse wegessen und dann... ...einfach... ...uns in den Kerker... ...fallen lassen. Interagieren. Aha! Hui! Leben! Die erste Magie. Ähm. Fuck! Alles klar, würde ich sagen. Ich würde sagen, erst mal kurz... ...wieder mal den Sound etwas lauter machen. Schlipple! Ich finde es übrigens schade, dass Soundeffekte und Sprache auf den Läden Punkt gesetzt sind. Warum bin ich so langsam? Weil du fangst doch so. Ich kann gar nicht angreifen. Ihr? Ich auch nicht. Versteht, man muss das Seil zerschneiden, aber... Hä? Aua, danke. Ich kann auch nicht angreifen. Tada. Egal, oder so. Hehe. Erde. Ja, in dem Spiel... ...kann man nämlich... ...elemente kombinieren, die ihr unten links seht. Momentan haben wir ein Leben freigeschaltet, und dann können wir jetzt so, ja, Strahlen machen. Also man kann die Elemente verschieden anwenden. Zum Beispiel kann ich mich selbst heilen. Und könntest du mal bitte endlich dein Element loslassen? Ja. Das ist ein bisschen laut. Du musst übrigens die Aserklare nicht denken, das sieht man schon selber. Ja, aber auf jeden Fall, es hat ne... ... jeweils, äh... ...ja, wie soll ich sagen... Kann ich nix mehr casten? Au. Genau. Warte mal, ich kann nix casten. Hä? Das liegt vielleicht am Controller, dass das nicht eingestellt ist. Keine Sorge, ich halte dich. Eine andere Mechanik, und zwar man kann hier verschiedene Zower verbinden. Dann machen wir nochmal den Strahlen. Den was? Den Strahlen mit Rechtsklick. Mit Rechtsklick. Das war ein inklusiver Strahlen. Unglaublich. Ja, man kann die Zower halt selbst anwenden, nur auf sein Schwert oder als Strahlen losfeuern. In dem Fall müssten wir Erde mit Feuer kombinieren. Wie an solche Zeige wurde. Genau. Das sind ziemlich, äh, witzige Spiele. Und, äh, es gibt auch viele Möglichkeiten, wie man halt seine Elemente kombinieren kann. Entschuldige. Oh. Nein, das fängt die nicht rein. Was hier relativ früh zu sehen... Mit Steuerung kann man blocken. ...solltet. Jo. Weil es wird relativ schnell eskalieren, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich glaube, man muss hier Erde mit Blitz kombinieren. Äh, ja, stimmt. Manche Elemente lassen sich nicht kombinieren. Genau. Ja, hab ich vergessen. Nimmst du eigentlich auch auf, nee, ne? Ich nicht, nee. Okay. Oh, fuck, oh, fuck. Ich, ich hab mich versifftgetültet. Ich kann nichts mehr auf mich selbst casten. Wir müssen uns irgendwie trocknen. Ähm, ja, achso, achso, Spaß. Wir haben hier Feuer. Wir können Feuer auf uns selber casten, um uns zu trocknen. Genau, so war das. Man kann sich auch direkt mitteilen. Ja. Also, brenn ich. So. So. Ob ich dann Blitz einmal hier, ob Blitz einmal hier. Ja, ja, das muss parallel sein. Wie parallel. Äh, das ist eigentlich nichts. Ah. Oh mein Gott. Nein, was war das mal? Äh, wir müssen. Komm. Schiff war das genau. Ja, das nervt. Ich kann nichts auf mich selbst kassen. Das muss ich mal gucken. Komm, wir gehen. Ja, sind schwiegen. Ja. Wir haben nicht in dem Fall. Markus. Arkan. Na, Moment. Ja, äh, verschiedene Elemente sind gegen verschiedene Gegner effektiv. Aber, beispielsweise, wir haben jetzt kein Temp. Wir sind erklärst zu viel. Ne, es geht schon, glaube ich, oder? Oh. Genau, dafür. Ja, ich bin vorzeige gebildet. Ja. Ich wette, ich fall gleich runter. Nein. Was machst du denn? Ich fall gleich runter. Ja, danke. Danke. Sehr nett. Erstmal aufwärmen. So. So. Wasser. Müsst ihr machen. Ja, danke. Sehr nett. Ich bin gleich wieder tot. Ich finde es übrigens fast nicht, dass Markus mir nicht angezeigt wird, so als Kontur. Ja, man kann auch so fertig Rezepte an Zaubern verschaffen. Kann mich mal jemand anfeuern? Ich kann jetzt auch nicht selbst... Anfeuern? Werdeschön. Jetzt sollten sie schnell sein. Also, ich bin auf jeden Fall. Neum. Du bremst nicht raus. Du bremst nicht raus. BAM! Ich sterbe, ich sterbe! Hier sterbst du. Nein! Ach. Heilung! Warte mal, wie macht man das mit der Explosion? Mit der Explosion? Äh, äh, wenn ich dann so viele Elemente, ich weiß gar nicht, was ich machen kann. Hehe. Ey, du hast gerade den Gegner geheilt. Macht ja nichts. Nee. Ach jetzt. Ups. Ja, ups. Ups. Ja, Magiker. Wohin hat es öfter gegenseitig umbringen, was hilft. Passiert. Was nun? Hebel. 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 Da ist Zyklop ein Auge. Nein. Das ist nicht der Augentür an. Oder so. So, was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme... Ah, Schild. Das ist ein geiles Element. Ah, nein. Werdeschön. Wäre aber auch hier. Oh, das war's easy. Kommt. Ja. Der war aber dann schon tot. Wow. Ne Redba. You sank Titor near Fritzel. Niewet, äh, Wiesel-Titor. Ähm. Okay, wir haben ganz Verstimmung gemacht. Das ist... Niewet. Niewet. Propfell Knight. Der war Niew Bra on Nithanidu. Bra? Propfell. Wiederbelebung. Der wichtiges Zabo überhaupt. Überall. In dem Spiel auf jeden Fall. Ich habe gleich dreimal... ...eine Rune zuerst. Der war superbest Niew in der W.H. Arkydance. Arkydance? Ja. Alles klar. Bei uns gibt es ja gar nicht so viel Arkydance, oder? Nein, überhaupt nicht. Ups. Das war ein Arkydance. Oh, oh, ja. Ah, ups. Ich kann Regen zaubern. Ja. Das kann ich sämtliche Hortensgrüner vernichten. Nein. No. Und zurück! Oh, mein Gott. Gemein. Nein, du fackst jetzt nicht an. Ach, toll. Alles klar. Was ist denn das erste? Was ich machen kann... Hier ist der Bedeutung. Hallo? Du musst die Mordböde gut sein? Erstmal hier anhören, und ich lesen was hier. Ich hab' die ganze Grammar. Dann würde ich jetzt schon einmal rausgehen, und gucken ob ich das mit der Steuerung nicht bekomme. Die ganze Zeit! Die ganze Grammar, nur die Grammar. Firsty als erstes Mal, ah das klar. Ja. Auf jeden Fall stand das, da war nichts. Ah, ich bin verwirrt, glaub ich. Kann das sein? Nee, glaub ich. Das erste, was ich auf jeden Fall machen kann, ist das. Viel Spaß. Ja. Oh, geil. Errungenschaft pro Gravitation. Du hörst nur die Segure. Oh, man. Einen der besten Survivor. Ah, viel Spaß. Alles klar, genug, Albert. Ihr habt hier. Los geht's. Wir haben genug herum, Albert. Beim ersten Mal. Austesten. And a better true power can travel so braun. Ah, je ne. Die power is passin' nord. Die passin' weiter in ihr. Ja, komm. Mach hinne. Mein Gott. So. Oh, die kann man töten. Oh fuck, ich hab mich selbst selbst verwirrt. Ach, ich bin im Chat drin. Nee. Nee. Gar nicht. Achja, man kann ja auch nix mehr casten, wenn man verwirrt ist. Ja, komm mal, ich hab' schon ne Wartung. Ja, komm mal, ich hab' schon ne Wartung. Ja, komm mal, ich hab' schon ne Wartung. Oh, ein Buch. Wenn das geht. Ich glaub' das geht nur auf Spieler. Ich glaub' das geht nur auf Spieler. Wir können ja probieren. Wenn wir mal... Ja. Oh, ein Buch. Wenn wir wohl auch wo los mitmachen könnten, ne? Beim Spiel. Das wäre sehr... voll. Wollt ihr damit einfach sagen, ich soll euch wiederbeleben? Nein. Was trotzdem, weil ich nett bin. So. Ja. Geil. Danke. Das hab ich nur schworen. Ich kann ja nicht auf mich selbst hinaus. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab fest die Linse beschworen. Und da unten eigentlich. Ich hab das wollen ja kommen. Bitte? Und da unten? Oh, kaut das Wasser schon auf? Ja, danke. Bitte. Oh, Checkpoints. Na gut, was willst du denn da gucken? Vielleicht ist da unten was. Aber wir können dir nicht folgen, die Kamera. Oh mein Gott. Okay, Moment, ich folge dir. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Schafschal, ich bin weiter. Schafschal. Oh 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 oh. Mir ist kalt... Nein, nein. Ich hab ich schon in spüren. Ich bin zu langsam... Leute, ich brauch ein bisschen Feuer... ...vom Leben. ok, jetzt... Ja. Right, ich auch. Das macht es viel besser. Das machst du. Hm, da unten geht's weiter. Guck mal! Kevin ist entdeckt! Ah, cool, ein Buch! Nein! Mach das dann! Fett! Mach dir mal! Ist das ein Zauber? Ist das ein Zauber? Ja? Fett! Ah, fett! Das ist echt fett! Wortwörtlich! Okay, komm ins! Und jetzt? Ja, danke! Gute Arbeit! Fett brennt! Ach, ja! Fett brennt! Genau, hast du gut erkannt! Ach, danke! Fett, Wasser, Erde, Leben, macht Fett! Ja! Fett brennt! Oh, cool! Kommt, wir gehen weiter! Ihr brennt auch! Ja, danke! Mann, ich kann doch nicht mit Fett kaufen! Was war das denn? Was ist da jetzt? Da oben? Kann man da hin? Kommen wir wohl irgendwo hoch irgendwann? Da hat er doch gerade was erzählt, der Typ! Weiß nur, wie immer, ich kann mich nicht bewegen! So, jetzt! Kann mich? Ja, danke! Ja! Wie ging das mit dem Mien? Oh, 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 oh! Overload und Heilung! Kommt, Leute! Wenn wir da nicht weiter können, dann! Ist da unten vielleicht nochmal so? Ja! 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 Nee! Echt nichts? Okay, gut dann! Oh! Man kann sofort extrem viel nachdrehen. Ja! Ich habe gut gemacht! Oh mein Gott! So kommen wir ja nie weiter, komm. Und die Eischhörte schmilzt, die Eischhörte schmilzt. Alles? Kein Problem. Wieso? Ja. Oh mein Gott. Macht gut, macht gut. Peinlich. Ich würde dir vorschlagen, wir gehen einfach weiter. Tun wir doch. Guck mal, da ist ein Klang auf dem Stein. Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt passt mal auf. Der stärkste Zauber-Ibarg. Daau, in Deckung! Ja. Was war das jetzt? Was war das? Oh nein. Weiss. Kembe, repete das. Der Rapper Kelarate. Kelarate? Kappa, lass uns hin. Rakanos Lai! Tishaka Vukatos! Rasha! Rakanos Hinschloh. LOL! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Alles läuft. Halt! He. Das ist ok. Ich mach es. Ab! Ab! Das kann er leben. Das passt! Steh, schre! Bolojop! Hehehe. Oh, eh! Was? Keine Mentor? Das sind schon wieder fliegen. Aber das ist ein Entity. Au, die tut weh. Ja, das ist Pest. Pest zu fliegen. Sie kann irgendwie casten. Ich weiß auch nicht genau wie. Können wir jetzt los? Boah, ich hab Blitz. Ich hab Blitzdampf. Oh mein Gott, das ist effektiv. Entschuldigung. Ups. Oh. Lapp. Lapp dir. Komm, wir gehen los. Blitzdampf ist eigentlich ganz witzig. Witzig. Oh nein, spinnen. Sollen nur kommen. Die sind schon tot. Oh. Sehr effizient. Entschuldigung. Ja. Ups. Warum hab ich eigentlich so eine Auge? Weiß nicht. Ah, das weiß ich auch nicht. Man konnte doch irgendwie auch sich selbst schütt geben und dann das so zölte, oder? Ja, aber ich hab das ja nie gemacht. Moment. Was war da? Wie war denn nochmal die Frost? So, ne? Oh. Nicht so. Frostrüstung, die müsste irgendwie gehen. Ja, Rüstung, Frost und dann selbst. Okay, okay. Oh, hm. Klappt gerade nicht so. Okay, dann probier's mal mit Erde. Ja, genau, wenn Erde klappt. So. Kommt, weiter geht's. So. Ach. Ja, never cast a rocker-er. Ja, never cast a rocker-er. Ah, Heldi. Die Björn. Moody Carl. Vi spätse alle Beta-fra. Mal gucken wie viel Damage mein Zauber an dem Troll ausrichtet. Aber wir müssen doch nur weggehen, ja? Wir brauchen den Ball! Wir sind unschuldig! Okay. Okay, vom Verendsten. Hjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj! Wie sie mag, die nie manken! Je biepel Havinder, herodrigjjjjjp hast Ich tiiit aneiva Superlök, so ich klaar ane! Ja, ja. Irgendwas mit Tritter und König hab ich verstanden, mehr nicht. Mehr nicht. Hat er gerade gesagt, wenn du Figgern, Alter? Weiß ich nicht. Ich hab schon wieder vergessen auf die Zeit zu achten. Auf welche Zeit? Adapten. Wie sieht's denn aus? Weiß nicht, kann ich nicht sagen, weil ich mich aus dem Fenster nicht rausklicken kann. Ja, gut, dann... Ich kann. Ja, ich kann wieder raus. 24 Minuten. Gut, dann reicht doch eigentlich, oder? Da, ich mach mal. Pause und dann geht's danach weiter. Ja. Bis gleich. Bis gleich.